So Freunde, willkommen zum dritten Tag des Blutigen Kampfturniers. Heilung und Wiederauferstehung haben keinen Effekt. Drei Sterne Grünes gesperrt. So, bevor wir anfangen. Ich habe gesehen, hier weg der Tapferkeit geht direkt wieder los in vier Tagen und 23 Stunden. Ich hoffe, alle, die für 32,99 Euro das gekauft haben, sind jetzt schlauer und kaufen es nicht. Es war ja vorher bekannt, auch durchs Forum, dass die Kisten nicht gut sind. Also, dass diese Kiste hier die Möglichkeit hat, so wie eine Elementarkiste zu sein und dass diese ganzen Kisten hier eher wie PvP und Monsterkiste sind. Also, lohnt sich absolut gar nicht. Im Endeffekt kaufst du nur den Avatar zusätzlich. Und, ähm, wie gesagt, die, die es gemacht haben, sind jetzt wahrscheinlich schlauer und machen es nicht mehr. Und die, die es nicht gemacht haben, brauchen es auch gar nicht machen. Aber das ist so meine Empfehlung. Sehr schön. Sehr schön. Nimm mal noch 3,1. Mal gucken. Haben direkt die dicken Gurschen, ja? Season 3 und Season 4. Hm? Direkt meine Nase anzujucken. Unfassbar. Okay, wir nehmen 3 blaue, 2 lila, ne? 3 blaue. 2 lila, ne? Horace kann ich noch nicht mit dienen. Brauchen wir eine Türrum? Müssen wir mit dem irgendwas machen? Höchstens bei uns. Wenn, dann macht der andere Sinn. Nein. Gottes Willen, ich will keine Embleme geben. So, wird natürlich schwierig, ja? Aber egal. Wir wären nicht wir, wenn wir das nicht hinbekommen würden. Naja. Das, ah, warte mal hier. Agnes, bumm. Noch mal ein bisschen was ab. Ähm. Ah, wir nehmen die. Vielleicht kommt hier blau. Ne, aber lila. Nochmal, das ist schön. So. Gerade, dass Björn nicht geladen ist. Warum auch immer. Okay. Also, lass mal überlegen. Ich würde gerne eigentlich als nächstes Agnes da hinten wegkriegen. Dann werde ich die ghoste. Ne, warte mal. Wir spielen erst die. Dann haben wir Björn. Puh. Ausgewichen. Ist. Okay, dann lass uns wenigstens, äh, Poppy vorher weghauen. So. Okay. Das war schön. Jetzt haben wir nämlich Gunnar einen Start. Tada. So. Er buddelt sich gleich ein. Hm. Hm. 244 Schaden. Das ist aber viel. Aber es wird ja aufgeteilt, ne? Gucken wir mal. Soll er da mal machen? Wie lange teilen wir uns noch den Schaden auf? Ja, dann passt das ja. Ich kann hier nichts spielen hier hinten. Das ist echt schade. Vielleicht kommt hier blau mit? Nein. Ach. Geht das durch den geteilten Schaden durch? Das ist aber böse. Ach komm, Spiel. Jetzt ist es auch gut. Irgendwann muss ich da auch mal wieder was kriegen. Ja. Gunnar weg. Ich weiß, die kann ausweichen, aber das ist meine Hoffnung. Okay. Okay. Was passiert jetzt mit dem zweiten Schlag? Da habe ich mir gedacht. Gut. Scheiße. Hätte ja sein können. Aber das ist scheiße. Es sah gut aus. Und dann ist uns das Board weggebrochen. Und dann kam nichts mehr. Das ist echt uncool. Ja, das ist echt scheiße gewesen. Also, das sah zwischendurch gut aus. Und dann war das Board weg. Als wir da auf Agnes spielen mussten, die Seite, da war das Board schon Mist. Das heißt, die hätten wir eigentlich nicht verlieren dürfen. Wirklich nicht. Eigentlich nicht. Eigentlich, äh... Das war ja so ein Match, wo ich sage, kannst du mich mal am Arsch lecken. Ganz ehrlich. Dann haben wir schon wieder den Morris da. Versuchen wir es jetzt mal mit Gelb. Weil da sind zwei... Lila, ne? Gelb. So. Das Team ist ja nicht schlecht. Da sage ich ja nichts zu. Es ist halt nur... Das Board war scheiße. Wir haben den Tank einfach weggekriegt. Das war kein Problem. Also... Also nicht. Erstmal hier noch. So, dann haben wir hier... Kommen die noch mit ihrem Attack-Up an. So, wir wissen, Agnes kann ausweichen. Schauen wir mal hier hinten auf den... Den Pille-Mann da hinten. Okay. Aber ja, klar. War ja, klar. Warum wundert mich das jetzt nicht? War ich das für Morris? Haha, natürlich nicht. Ach, Mann, ey. Dann kannst du jetzt nicht mal die Matschspirne da hinten. Drei. Komm, weg mit dir. Muss mal alles selber machen hier. Ist der da jetzt? Ah, okay. Umgang. Ach, was ist denn mit dieser Agnes los? Jetzt mal ganz ehrlich. Die weicht aus. Sie umgeht. Sie macht alles, was sie nicht machen soll in dem Moment. Komm quasi. Unleash the Minions. Ah, komm. Wotnik, komm. Fischkopp. Oh, Mann, ey. Mann, Mann, Mann. Zwei gebrekte. Gelb. Grün können wir nicht nehmen. Gelb und Lila. Was Neues jetzt? Neben Poppy nehmen wir mal... A Pixie. Ja, Pixie nehmen wir ja mit. Muss ich auf irgendwas achten? Nö. Oh, meine Nase. Wir können wahllos Lila mitnehmen. Wird schon schief gehen. Okay, das ist ein schönes Bot. Okay. Ach, Mann. Hast gesehen, ne? Da war ganz kurz der Diamant. War ganz kurz da. Okay. Machen wir das so. Nein. Oh, ah. Wo soll er denn jetzt auslösen? Die Poppy wird nicht auslösen. War quasi an. Machen wir mal, dass wir Kato da bearbeiten. So, sehr gut. Nimm die. Ach, ich hab ja gar nicht blau dabei. Warum bin ich die ganze Zeit auf blau fokussiert? Blau. Ganz schlau. Walter, da geht er auf meine Kappe, wenn der jetzt drauf geht. Das war doof. Das war echt doof. Warum war ich denn die ganze Zeit so fokussiert auf blau? Ich hab mir die ganze Zeit gedacht, boah, geil, hast du blau unter Namahage. Wie machst du das denn jetzt, dass du mit blau Namahage wegballern kannst? Ja, Pustekuchen. Ah, das war doof, ey. War ja echt doof. Ja. Ähm, wir haben ja lila dabei. Passt ja. So, dann lassen wir das so machen. Nehmen wir sein Steinchen da. Was, wenn man am Keks geht. Okay. Oh, Schwein gehabt, ey. Ich glaube, immer da jetzt auf blau fokussiert war. Keine Ahnung. Uh. Oh, Doppelsudri. Ach, herrje. Ach, herrje. Oh, da muss ich echt ein bisschen was mitnehmen, was mich, ähm... ...was mich stark macht. Ich überlege, ob ich ein... ...noch nicht. 3, 1, 1 vielleicht. Oh, je. Okay. Mal dieses Niesen, ey. Das ist immer dieses... ...diese Jucken in der Nase. Dann willst du niesen, aber es passiert nicht. Versuchen 3, 1, 1. Rudolf, um Mana zu klauen. So, Pixi... ...ist dafür da, um, äh... ...falzen Sudri auslöst, dem, äh... ...das zu vermiesen. Er soll das klauen. Er soll in seinem Leben halt... ...ingespannt, ob ein 3, 1, 1... ...und... ...buuuuh... ...okay. So. Ach, scheiße. Ich hab mich jetzt so drauf fixiert. Ich hab gar nicht drauf gedacht, dass da ja... ...Guna ist und, äh... ...der uns das Leben auch zur Hölle macht. Okay. Da ging's jetzt erstmal nur ums Mana reduzieren. ... ...da. Ja, Poppy, du darfst auch mal mehrmals feiern, ne? Das habe ich dir, glaube ich, vorher schon erlaubt. Darfst. Wo holen wir denn diese ganzen Autortags jetzt? Ohne Witz. Ja, ein Zudri schon mal weg. Okay. Jetzt, warte mal, jetzt brauchen wir die gelben. Ach, fuck, ey. Mann, Mann, Mann. Weil extra nicht viel Bordbewegung, damit nicht viel Rot kommt. Das war extra der Plan. Ja, hat da gut geklappt, der Plan. Der Fehler war, ich habe mich so sehr auf die Sudris fokussiert, dass ich keinen mitgenommen habe, der Gunnar da weg macht. Das war der Fehler. Also, nehme ich auf meine Kappe. Das war mein Fehler. auch das Bord war, aber auch jetzt nicht so der Brüller. Aber ich glaube, ähm, ja, obwohl das Bord war nicht schlecht. Ich glaube, den, ja, den kann ich getrost auf meine Kappe nehmen. Ähm. Na, schade. Ich habe den, was hast du, den nehmen wir, Ne, wir nehmen Wotning mit. Ne, da habe ich nicht drauf geachtet, auf den Gunnar. Schade. Aber der Gunnar da außen, das ist okay. Den kann ich hoffentlich kontrollieren mit, äh, Pixi. Irgendwie müsste ich Eiblauer nehmen. Ne, wir nehmen, wir gehen mit dem Team. Machen wir das so. Wir haben einen gelben Diamanten. Okay. Schön. Auch schön. Ah, sie kann ausweichen jetzt, ja. Bin gespannt. Oh, blöde Kuh, ey. Dafür spiele ich jetzt die ganze Zeit ihn nicht rein, damit du ja immer voll mit Mana wirst. So, das geschieht dir recht. Dumme Nuss. Ja. Mann, Mann, Mann. Ja. Okay. So. Dann haben wir das. Warum schießt meine Poppy eigentlich nur einmal? Ich glaube, die hat bisher einmal nur mehrmals geschossen. Dann war es zwei. Aber auch nicht gerade. So, der Brüller. Ja, was bleibt zu sagen? ja, den nehme ich auf meine Kappe. Ich habe den Gunnar. Die haben mich zu sehr eingeschüchtert. Ja, und das. Ach ja, Morris, diese komische weiß nicht. Deine Pimmelmann hier, ja. Ah, nee. Ach ja, das war das. Ja, ja. Wo das Board auf einmal weg war. Einmal Bord schuld, einmal ich. Ah ja. Machst du nix. Okay. Noch nichts berauschendes dabei. Gut. Dann haben wir alles, würde ich sagen. Das können wir noch eben hier holen. Okay. Gut, Freunde. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Viel Glück. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Oder später. Ich weiß es noch. Keine Ahnung. Bis zu sehen. Also mach's gut. Untertitelung des ZDF, 2020